Ich will euch nur zeigen... Das ist also ein Haus mit... Das ist da gekauft. Und das ist... Schau mal, das ist ein... Crocodile? Ein realer? Ich habe auch einen Alligator. Ein originaler. Ja, ich habe auch einen. Das ist... Handmade. All die Produkte sind gemacht. Und ich zeige euch... Hier sind alle andere Objekte. Die Lampen, die Schrauben... Und das... Und die Backen. Die Backen ist sehr alt. Ja, das ist schön für die alten Auto zu bauen. So, wie... Vintage-Style. All vintage. Und die andere... Oh, das ist sehr schön. Ja. Schau mal, das... Wir bringen mehr Produkte... Wir bringen sie und sie in unsere Haus. Weil sie interessiert sind. Schau mal, das... Viele Bücher... Zum Beispiel... A lot of this type of Objekte. Schau mal, das ist. Schau mal, das ist. Das ist ein Formasetti. Formasetti Design. Formasetti. Formasetti. Porta Tabacco. Formasetti. Tabacco. Oh, okay. Das ist ein... Pordenoni... Wie ist es? Martina? Galvani, Galvani. Das ist ein... Italien Design. Vintage. Das ist... Piatto. Das ist ein Satsuma. Okay. Ich bin kein Spezialist. Okay. 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 Ah, das ist... Ja, das ist ein... Armalion. Und... ist ein... Full Iron. No Iron. Metall. Okay? Das ist wirklich, wirklich alt. Sehr alt und massiv. Das ist ein Prenziger. Das ist die, die gibt's... Also, das ist das... Und das ist ein Prenziger. Und wenn du in Amerika bist, warst du in Amerika? Oh, ja. Oh, ja. Second World War. World War. Das ist. Ja, das ist. Und das ist das... Das ist das... Das ist das... Die... ...einiere... Das ist das... Ja, das ist das... Ok, ja. Ich bin sehr interessiert für das. Außen? Wir müssen uns umher. Ja, ja, ja. Ok, ich zeige euch den ersten Pferd. Und wir müssen... ...referieren... ...all das Haus. Ja, ja. Es ist ein schönes Haus. Es ist sehr groß. Wenn es wird, wird es schön. Ja. Ich hoffe, dass du einen schönen Farben auszunehmen. Ja? Einen schönen Farben. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. In dieser Weise. Ja, die Farben müssen wir in Uniform sein. Ah, ok. In all der Haus. Man kann es nicht so machen. Nein, nein, nein. Es ist unmöglich. Weil es ist ein historisches Bild. Ah. Ah, ja. Und das ist ein Teil des Kulturels. Ah, das ist. Okay, so we have to maintain the same color, the same structure in general. Ah, ja. Es ist important. We can't make what we want. Okay. That's really the problem also in Switzerland we have. Okay. In this part of the apartment, there is no light. Okay. But we can do it with the flesh here. Ah, okay. Thank you. You're welcome. Okay, there are a lot of disorders, this type of old mobily. Yes. In English mobily. Yes. Furniture. Furniture. Perfect. Good and the furniture. Yeah. And we are, you can find the, ah, here we have got a lot, very lot of product in general. You want to get to the other door. No Martina, don't worry. This is, eh, ceramica. Italian ceramica. Light, eh, and... There's a lot of products in general. And the motors are here. No, no, Martina, No, no, no. Let me see. Let me see. Here. Here. How do you do it? Here's the motor. und hier sieht man die Gomme in der Fronten. Ah, du hast? Okay. Vielleicht ist es in der Mitte, eine dieser. Eine dieser, ja. Es gibt viele Wels und die vorherigen Wörtern und ich habe mir gesagt, dass vielleicht die Helle hier ist, okay? Oh, gut. Und die Back-Wheel auch, vielleicht? Ich weiß nicht. Von diesem? Für diesen, ja. Für den anderen, ich weiß nicht. Aber du kannst alles, was du willst. Okay, okay. Ja, auch alle Helle, keine Probleme. Okay. 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 This is a Moto Morini. Moto Morini? Yes. This is a Piaggio Legnano. This? Saks engine. Piaggio Legnano. Italian. Italian. The engine is a Saks. No, it's Italian. All these models are Italian. Okay. This is Piaggio Legnano. This one is other Piaggio Legnano. Yes. Okay. And that maybe is a Ciao. Ciao is a little scooter, old scooter. Understand? Okay. Yeah. Do you like it? I like it, yes. I like it. Wonderful. And... And... Right. Well, if I'm more into the ocean, I don't know. I don't know. Yeah. A lot of work. 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 Yes. We have to restore all... Can I have all these? Yes. Can I have all these? Yes. 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 I don't know what it is. I don't know what these... I think that's one but it's clear right. Der Vorher ist ein accumulator. Ja, ein accumulator. Ah, das ist ein Teil des Chows. Das ist eine Marmita. Ich weiß nicht in Englisch Marmita. Marmita, Muffer. Muffer? Muffer, ja. Muffer. Und viele Schäuze. Aber ich weiß nicht was. Du kannst alles nehmen. Okay. Keine Probleme. Es ist ein Teil der Schäuze. Ah, das ist... Ich weiß nicht. Viele Schäuze. Okay. Wenn du alles nehmen willst, ist das ein Präsenz. Keine Probleme. Ich weiß nicht, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Also ein Tag, zwei, ein. Nein, nein, nein. Also, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh. Weil ich zählend bin. Ja, dein Karte ist... Ja, dein Karte ist... Du, dein Karte ist großartig. Vielen Dank.